so liebe freunde wir sind wieder einmal in sankt peter ohrdingen hier wo man mit dem pinto gut trainieren kann und wo die schönsten sonnenuntergänge sind ja da kommt er gerade wir gehen ans wasser vor ich habe ein paar aufnahmen die schneide ich es zusammen wie so die hunde hier untereinander sind sonst werden wir nicht so viel machen auf jeden fall wollte ich euch natürlich mitnehmen dass ihr ein bisschen gefühl habt ja wie es wie schön das hier ist vielleicht schneide ich auch mal als kontrast programm rein wir sind jetzt abendrunde immer die sonne geht unter in so einer dreiviertel stunde die dünnen sind die hasen hier komm es kommen mir so auch immer mehr hunde die sich ja treffen zur abendrunde ja hier sind wir jetzt unterwegs stehe ich werde die kamera ruhig halten egal ich filme vorne weiter wir gehen jetzt erst mal bis vor von die kommt kommt hier jetzt auf so wie gesagt ein paar begrüßungsszenen wo man so sieht fünf phasen der begrüßung das alles das machen wir drauf nirgendwo geht das besser als hier uns wunderschön und und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.